Hallo a todos, mein Name ist Paula Alvarez, Profesora de la Escuela Nueva Lengua. Heute präsentieren wir eine Interviews über Julian von Allemagne. Ich bin ein Spanisch verbessern möchte und auch muss für mein Studium. Das ist, wie gesagt, eigentlich der zentralste Beweggrund, warum ich hier bin. Außerdem habe ich sehr viele Menschen kennengelernt. Ich habe Familie und Freunde hier in Südamerika und auch in Spanien, mit denen ich besser kommunizieren möchte, mit denen ich in Kontakt bleiben möchte. Dafür ist es halt extrem wichtig, Spanisch zu lernen. Einfach auch ansonsten, weil es eine Sprache ist, die man auf der Welt überall gebrauchen kann, die einem wahnsinnig weiterhilft, um in Kulturen einzutauchen, ganz, ganz viele Länder kennenzulernen, Menschen kennenzulernen. Im Arbeitsleben hilft es natürlich auch enorm weiter, das ist ja klar, Sprachen generell. Warum habe ich Kolumbien ausgewählt als Leisensstil? Ich habe prinzipiell einen Teil meiner Familie, der hier in Kolumbien wohnt, und der mir eigentlich ans Herz gelegt hat, guck dir Kolumbien mal an, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und das ist bis jetzt auch die Erfahrung, die ich an euch gerne weitergeben möchte, weil Kolumbien ist einfach ein unfassbares Land mit einer unfassbaren Atmosphäre, mit einer Kultur, die seinesgleichen sucht. Und deswegen habe ich Kolumbien ausgewählt und eben auch diese Schule hier gefunden. Vielleicht auch dann an der Stelle eine Erfahrung, die ich hier von der Schule niemals vergessen werde. Das ist ganz einfach. Und das ist einfach die Atmosphäre, mit der hier unterrichtet wird, mit der hier gelebt wird. Es ist nämlich nicht wie klassischer Unterricht in der Schule, es ist Unterricht auf Augenhöhe. Man betrachtet die Lehrer nicht als Lehrer, als Hörgestellte, sondern als Freunde. Und das hat mich hier an der Atmosphäre richtig begeistert und mir auch weitergeholfen, die Sprache zu lernen. Außerdem bittet die Schule super viele Möglichkeiten an, die Kultur einzutauchen, das Land etwas mehr kennenzulernen, die Stadt kennenzulernen. Also an sich ist es ein echt gutes Rundumpaket, um Kolumbien kennenzulernen, an dieser Schule zu sein. Und deswegen kann ich eigentlich jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, hier an diese Schule zu kommen, Kolumbien zu besuchen, macht es auf jeden Fall. Und das ist ein richtiges Zufall. Vielen Dank.